Und wie viel lang? Die wenigen Stunden Bora Bora vergingen zu schnell. Der letzte Tender geht um 15.30 Uhr und gegen 18 Uhr laufen wir unseren nächsten Hafen an Raiyatea, wo uns die Insulane einen besonders herzlichen Empfang bereiten. Der letzte Tender geht um 15.30 Uhr. 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 Musik 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 Applaus 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 Musik 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 Musik